Wie steht ihr zu dem Links-Rechts-Denken an und für sich? Ich denke, es nutze ich. Ich denke, im Endeffekt, wir müssen alles, was in die SJW-Richtung, in die Woke-Richtung geht, deckeln unter links und uns selber deckeln lassen unter rechts. Es sogar noch fördern, sogar noch sagen, ja, wir nehmen die alle. Ja, du bist jetzt ein Rechter. Du hast irgendwo die Woke-Schahada verletzt, dann bist du jetzt ein Rechter. Ich denke, diesem Kampf hilft es. Klar, du kannst über mehrere Achsen das Ding betrachten, aber ich will halt rechts zu einem Sammelbegriff für alle Feinde der Woken aufbauen. Ich denke, anders geht es nicht. Was sie auch selbst machen. Ich glaube, es gibt so gut wie keine reinen linken oder rechten Menschen. Fast jeder vertritt Positionen beider Seiten. Ja, ich glaube aber nicht, jeder vertritt Woke-Positionen. Wahrscheinlich irgendwelche halt sozial linken Positionen, irgendwelche, keine Ahnung, wenn es um Wirtschaft geht, linken Positionen, irgendwas hat jeder sicherlich. Aber links, wenn ich links sage, meine ich damit die Walkisten. Wenn ich heutzutage, ich meine, anders weiß auch niemand mehr, wovon ich spreche. Wenn ich heutzutage von einem linken Journalisten spreche, ist das dann so ein Journalist, der in Richtung Sarah Wagenknecht tendiert? Oder ist das eher ein Journalist, der offene Grenzen haben will? Ein Journalist, der für Frieden, für die Freiheit ist und, und, und. Für jeden einzelnen Punkt, den sie da haben. Critical Whiteness vertritt. Die Antwort ist letzteres. Und ich denke, genau so sollten wir auch links benutzen. Im Endeffekt als eine, ja, eine Stigmatisierung, als eine Verunglimpfung dieser Positionen. Links ist halt der Woke-Abschock. Ich denke, fast jeder vertritt Positionen beider Seiten. Ich zum Beispiel bin für die Verstaatlichung des Gesundheitssystems. Gleich links bin ich ein Spinnefeind mit. Aber, äh, okay. Also, wie gesagt, wir haben hier einen gewissen Meinungspluralismus. Aber auch für sichere Grenzen. Gleich rechts. Ja, sicherlich. Das ist genau, was ich meine. Ich meine, mit Verstaatlichung des Gesundheitssystems, das ist halt so ein Punkt, den könnte eine Wagenknecht vertreten. Es ist nicht zwingend ein Woker-Punkt. Ich rede von diesen halt, was sie dann, äh, wie nennt sie das? Kultur-Lifestyle-Linke, ne? Das ist halt, was links in meinem Kopf einfach bedeuten soll. Denn die Wagenknecht-Linken sind vollkommen bedeutungslos. Sie haben die Eier nicht in der Hose, um zu paktieren mit den Kräften, die tatsächlich etwas bewegen konnten, sprich der AfD, ne? Zusammen mit ihnen auf jeden Fall. Die von ihnen, die die Eier in der Hose haben, die haben sich schon in der AfD eingefunden, selbst wenn sie eigentlich eher wagenknechtmäßige Positionen vertreten. Und der Rest von ihnen ist halt eierloser. Naja, sind halt eierlos und die werden nie zu irgendwas zu gebrauchen sein. Die klassisch Linken sind tot. Es leben die Rechten. Die Rechten sind einfach das Sammelbecken für alles, was wirklich bereit ist, gegen die Woken zu kämpfen. Eier! Wir brauchen Eier! So.